Vielleicht sind Sie ein rechtsextremer Terrorist, der einen Anschlag plant. Der ist doch kein Nazi. Es steht mir bis hier! Ich weiß, was ihr vorhabt. Wir müssen diesem Saftladen von BRD endlich ein Ende setzen. Was macht denn der Kanacke hier? Das ist Emre. Die Engel haben ihn zu uns geschickt. So wie Attila Hildmann? Wir werden weiter Terror verbreiten, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Klaus, was wird denn das? Bevor wir dir das verraten können, musst du erst mal auf der Todesliste unterschreiben. Das machen wir dann vielleicht später. Unser Vaterland steht am Abgrund. Es braucht Helden wie uns. Man darf nicht nur dagegen sein, man muss etwas tun. Wir zerstören den Staat und errichten ein neues Reich. Das Kaiserreich. Das Reich der Engel. Das Vierte Reich. Das Reich der Engel. Ja, hier kann man noch einen Söldner buchen. Viktor, 31. 20 Jahre Kampferfahrung. In den Warenkorb. In den Warenkorb. Der Wolf. Der Wolf. In den Warenkorb. Erkann.